Ich habe Angst gegen ihn zu spielen gegen einen der seine Hexe anscheinend nichtmals gut beherrscht nicht schlecht ja also mit Hex so scheiße zu sein nicht schlecht echt ja ja Gott alter Leute was ist mit diesem Typen los ich habe ja so eine Angst gegen so einen schlechten Hacker zu spielen oh jetzt hat er nur ein Knockback an oh nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht alter ja 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 mach weiter oh ja mag die Hacker Penetration ach keine Ahnung wie das geschrieben wird juckt mich das oh mein Gott du bist so er verliert trotzdem er verliert trotzdem ja 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 ja